Das heißt, eigentlich sollte ich mich als nächstes noch schnell um die Monsterhöhle kümmern. Ja! Dann steigen die vielleicht auch noch auf. So, jetzt geht noch ein Punkt in militärische Fähigkeit und dann steigern wir mal wieder magische Fähigkeiten. Jawohl, Sir. Also vielleicht mal Mana auf 400 bringen. Und dann magische Fähigkeiten steigern. So, da hängt mal wieder jemand fest. Jawohl, wir zum Angriff. Wir werden angegriffen. So, Nahrung und Stein von den Koblenz. Mit Schwert und Ross. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Ich. Auf euer Kommando. Eure Befehle. Ja. Mit Vergnügen. Mit Schwert und Ross. Ja. Vorwärts. So, euch zwei sollte für die Monsterhöhle da reichen. Oberhöhle halt. Ja. Nehmt keine Gefangenen. Mit Schwert und Ross. So, unsere Ritter sind aufgestiegen. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. So, und der letzte Ogre steht dort. Nur Vögel sind schneller. Nehmt keine Gefangenen. So. Ja, jetzt können die Bauern den Steinbruch wieder sicher erreichen. Mit Schwert und Ross. Eure Befehle. Vorwärts. So, die Stadt hat auch ein ordentliches Militär mittlerweile. Eure Befehle. Gehen wir, mein Teurer. Gehen wir, mein Teurer. So, dann können wir jetzt zurückkehren und unsere gesamte Ressourcen verkaufen, die wir hier haben. Ja, auf das eine bisschen Nahrung kommt es jetzt auch nicht drauf an. Eure Befehle? Jawohl. Gehen wir. Also, die Truppen abgelden wollen wir. So, Aufträge sind abgeschlossen. Äh, ne. Ich will hier rein. Gold haben sie genug für den Tauschhandel. Und nochmal. So. Damit steigt auch die Stadt eins auf. Wir können jetzt theoretisch Retter anmeuern. Aber wichtig ist erstmal, dass wir unsere Truppen aufwerten. So, wenn man mal vergleicht. Die haben einen Wert von 60, 22, 0 und hier gar nichts. Und maximal 2000 Lebenspunkte. Die Paladine. Ja, 80, 45, 10 und eine gute Verteidigung. Also eigentlich eine Verteidigung von 10, ja. Und hier genauso. Kopfjäger, 70, 25, aber alles 0. Die Elite schützen, 55, 7 und 0, ja. Also ja, es sind halt, ähm, Fernkämpfer. Wen töten? Ja. Ja. Kein Problem. So. Wird erledigt. Jetzt haben wir jedenfalls unsere Truppen. In der Stadt gibt's sonst nichts mehr zu tun. Eure Befehle? Ja. Wir können aber mal gerade nur Vögel sind schneller. Trotzdem mal aus Neugierter. Ja. Schon erledigt. Eure Befehle? Kann man euch überhaupt aufwerten? Nein. Jawohl, Herr. Und dich kann ich aufhärten. Allerdings, äh, bin ich damit über mein Bevölkerungslimit. Das ist auch gut zu wissen, dass das geht. Dass es da gar nicht so sehr aufs Bevölkerungslimit ankommt. Also ja, ist ein bisschen jetzt exploiting. Und ich werde das nicht wiederholen. Gehen wir an, mein Teurer. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Tü-lülü. Ah ja, jetzt haben wir wenigstens jetzt haben wir wenigstens einen was bist du noch? Magier. der Flamme den Fesseln und Feuerbälle wirken kann. Achso, und wir müssen umschalten, Wasser wirken. Und vorwärts. So, und da wir jetzt gegen die Untoten ziehen. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Was eigentlich der größte Feind hier überhaupt ist. Oh, da kommen mal wieder Packgobbos. Ja. Nur Vögel sind schneller. Das waren feindliche Bauern. und schnell, gehen wir. Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Gut, unser einer wurde vergiftet. Das können wir allerdings bereinigen. jederzeit gerne bereit. So, Kopfjäger. Und? Seid ihr das? Nein, das sind... und schnell, gehen wir. Ja. Schnell, gehen wir. Steine und Nahrung. Wir gehen. Die wir dann noch verkaufen können. Schnell, gehen wir. Ich. Gehen wir, mein Teurer. vorwärts. Nur Vögel sind schneller. Also ja, die Goldkistern, die wir nicht rankommen da. Nur Vögel sind schneller. Oh, noch mehr Zombies. Nur Vögel sind schneller. Bereit. Nur Vögel sind schneller. So, jetzt geht's hier ans Eingemachte. Gehen wir, mein Teurer. Ja. Genau, da kommen die ersten Skelette und Kleinskelette. Ja. Okay, da kommen jetzt die Armeen. Gehen wir, mein Teurer. Nur Vögel sind schneller. Vor allem, sie haben auch noch Schreckensmagier dabei. Angriff! Ja. zum Angriff! Nur Vögel sind schneller. Was? Kein Problem. Okay, ja. Das ist da doch schmerzhaft. Eure Befehle? Nur Vögel sind schneller. Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer. Angriff! Töten! Ja, Sir. Wird erledigt. Ich kann nicht schneller gehen. Brennen! Also erst mal die weg. Eure Befehle? Und? Vorwärts! Vorwärts! Immer bereit. Betrachtet es als erledigt. Wir gehen. Betrachtet es als erledigt. In Ordnung. Vielleicht kann ich ja aus einer der beiden gruften. Schießt eure Pfeile! In Ordnung. Die Gegner anlocken. Schnell! Gehen wir! Schnell! Gehen wir! Wir gehen! Ohne die anderen mit anzulocken. Wir gehen! Wir werden angegriffen. Au! Nur Vögel sind schneller. Okay, das hat auch nicht so gut geklappt. Mit Schwert und Ross. Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Das Hauptproblem sind echt diese Schreckensmagier. Eigentlich müsste ich die einfach direkt die anderen Truppen ignorieren. Zum Angriff! Oder es kommen einfach keine raus. Und? Ja. Wir reichen an! Was? Schnell! Gehen wir! In Ordnung. Betrachtet ist als erledigt. Ja, Sir. Was? Oh, Zombies sind nicht so gut. Schnell! Gehen wir! In Ordnung. Wir machen sie fertig. Töten sie alle! Immer bereit. Ah! Ah! Was? Wird erledigt? Okay. ich habe einen Paladin verloren. Damit kann ich allerdings leben. was? Was? Ja, und ich kann nicht schneller gehen nur vögel sind schneller vorwärts zum angriff gut jetzt kommt der schreck des magier raus gut mag ja nächste stufe erreicht vorwärts gehen wir mal teurer naja hier drüben scheine ich den schreck nur vögel sind schneller